Hi liebe FCR-Fans, am Samstag um 14.30 Uhr startet hier mein Abschiedsspiel und ich freue mich schon unglaublich drauf. Ein paar Jungs wollen sich jetzt mal selber vorstellen, die am Samstag hier auf dem Platz dabei sind. Seid gespannt und zieht es euch rein. Marc Schnatterer, das Abschiedsspiel in Heidenheim und ich darf mit dabei sein. Bei Schnattern, das Abschiedsspiel werde ich meinen dicken Unrundrumpf nochmal auf das Feld schleppen und ein bisschen Spaß haben. Soll ein Klausel mitspielen? Ich glaube, ich spiele mal mit ein paar Minuten. Ich bin auch dabei und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch alle zahlreich erscheint. Ich freue mich riesig, bei Schnattis Abschiedsspiel dabei sein zu dürfen. Kommt alle vorbei am Samstag um 14.30 Uhr bei uns in der Void Arena. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, dann sichert euch noch euer Ticket für Samstag und dann seid ihr live dabei in der Void Arena bei meinem Abschiedsspiel.